Herzlich willkommen bei Biller. Heute wieder einiges geboten, unter anderem natürlich unser Straßenfest, was mittlerweile schon traditionell ist. Straßenfest vor unserem Möbelcenter und natürlich mit vielen, vielen Highlights. Unter anderem Biathlon-Wettbewerb, also passend zur Jahreszeit. Biathlon heute und hier vor unserem Biller-Gebäude und natürlich noch viel, viel mehr unter anderem auch Musik in unserer Veranstaltungshalle von Spirit of Smokies und der Beat-Legende aus Leipzig. Das ist ein verkaufsoffener Sonntag, der sehr gut angenommen wird von den Kundinnen und Kunden. Also wir sind begeistert. Ja, und Straßenfest gehört natürlich auch eine Roste dazu. Gehören Getränke dazu, wie Glühwein und Glücksrad drehen für einen guten Zweck. Das ist ganz interessant, was wir heute natürlich machen. Und natürlich Pony reiten, Kinderkarussell und vieles mehr. Also wir machen die Leute glücklich. Das Kinderschminken war sehr schön und wir schauen jetzt mal noch, was es gibt. Wir hatten das so gelesen. Meine Mutter hat eine Einladung bekommen, eine schriftliche und da haben wir uns dann auf den Weg gemacht und haben das gleich damit verbunden, nach dem Sofa zu schauen. Und nach einer Lampe müssen wir noch gucken. Wir sind eine Jugend- und Kinderdienstgruppe und wir sind zur Zeit 82 Mitglieder und 28 Behinderte. Und wir tanzen alle zusammen in der Ziegestraße und zwar tanzen wir alles. Wir tanzen Folklore, wir tanzen Step-Tanz, wir tanzen auf Spitze und wir haben Kindertänze. Und die auch. Ganz toll. Also ich bin Ines Falker. Ich bin auch im Verein von Dismaynicht hier und möchte die Chance nutzen, weil sicherlich kennen sehr viele von Ihnen die RUT-Muller-Landauer, die Neideideln von Blau. Und wir machen ein Crowdfunding-Projekt zu einem Buch, das über die RUT entstehen soll. Weil, was Sie vielleicht nicht wissen, diese Dame wird 90 Jahre und ist voll aktiv. Und damit sind die 500 Euro richtig gut angegeben. Ich bin nicht mehr ganz gut. Im Moment läuft die Beat-Legende aus Leipzig und zwar der Beat-Club. Und es wird super angenommen, es wird getanzt, es wird mitgesungen. Ich bin nicht mehr ganz gut. Ja, und jetzt gehe ich mal rein. Jetzt kommen wir zu dem Höhepunkt des Nachmittags. Spirit of Smokey in der Eventhalle Billa. Tolle Geschichte. Ich schaue mal, was sich noch ergibt und wie toll die Musik weitergeht. Es ist der Wahnsinn. Es wird getanzt, es wird mitgerockt, es ist einfach tolle Musik und es klingt wie Chris Norman. Wahnsinn. Tolle Geschichte. Wie gefällt es euch? Super. Wir sind schon seit 13 Uhr da. Habt ihr schon getanzt? Nein. Was gefällt euch heute besonders gut? Diese Band. Wir wohnen hier in der Ecke. Wir kennen Billa schön in- und auswendig. Das heißt, ihr seid Stammkunden, oder? Jawohl. Das ist schön, dass ihr da seid. Ich wünsche euch noch ein gesundes neues Jahr. Das ist Musik für alle Generationen. Wie gefällt es Ihnen? Sehr gut. Es ist zwar laut, aber sehr gut. Das ist so unsere Musik. Und das Schöne ist eigentlich, dass die das bei Billa erleben dürfen, oder? Ja, das ist schön. Deswegen sind wir auch heute hierher gekommen. Schön, dass Sie da waren bei uns zu unserem verkaufsoffenen Sonntag hier bei Billa und Straßenfest. Es war super. Es hat Spaß gemacht. Die Leute waren begeistert. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen beim nächsten verkaufsoffenen Sonntag, beim nächsten Straßenfest hier bei Billa.